Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder, das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind im Rahmen der Haushaltsberatungen für die heutige Aussprache im Anschluss an die 40-minütige Einbringung des Haushalts 6 Stunden und 24 Minuten, für Mittwoch 8 Stunden und 32 Minuten, für Donnerstag 8 Stunden und 29 Minuten, sowie Freitag 4 Stunden und 48 Minuten vorgesehen. Sie bringen hoffentlich alle Stoppuhren mit. Deshalb nennt man uns Lokomotive. Okay.